Wichtiges Darts-Zubehör, was du auf jeden Fall brauchst. Fangen wir an mit dem Flightlocher. Mit dem Flightlocher kannst du ganz einfach deine Flights lochen. So, jetzt können wir hier ganz einfach den Spring Ring oder die Springs oder Spare Ringe quasi hier einfädeln, um dann deine Flights auf den Nylonschäften wirklich bombenfest zu befestigen, denn der Spare Ring drückt quasi die Kronen der Schäfte hinten zusammen und hält sozusagen dein Flight am Schaft fest. Nummer zwei sind die Flight Saver. Mit diesen kannst du sicherstellen, dass deine Flights immer perfekt 90 Grad aufgestellt sind und sie sorgen dafür, dass deine Flights einfach langlebiger sind und du vor allem länger Freude an diesen hast. So sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Also der Flight Saver ist quasi das letzte Teil des Dart-Pfeils. Deine Flights sollten dann perfekt 90 Grad aufgestellt sein. Wenn jetzt zum Beispiel ein zweiter Dart-Pfeil von hinten kommt, gleitet er in den meisten Fällen einfach am Flight Saver vorbei und deine Flights halten länger. Nummer drei, der Fingerwachs. Das ist nicht zu unterschätzen, denn es gibt viele Spieler, die einfach mal etwas mehr Grip benötigen, an dem Dart-Pfeilen. Und deswegen kann man diesen Fingerwachs so schön nutzen, um deine Finger etwas anzufetten, beziehungsweise den Wachs einfach an deinen Fingern etwas zu verteilen. Kleiner Geheimtipp, den Fingerwachs einfach so ein bisschen in deine Rosentasche tun, gerade beim Spielen, da wird der so leicht warm und lässt sich dann deutlich besser verreiben. Nummer vier solltest du auf jeden Fall auch immer zu Hause haben, wenn du mit Aluminiumschäften spielst, sind die sogenannten O-Ringe. Die O-Ringe werden auf dem Gewinde von den Aluminiumschäften befestigt und sorgen einfach dafür, dass sich deine Schäfte deutlich besser festziehen und sich nicht mehr vom Barrel lösen. Denn nichts ist nerviger, als ständig seine Schäfte nachzuziehen. Das Coole, bei uns bekommst du immer zu jedem Aluminiumschäftset, was du bei uns bestellst, schon direkt arretierte O-Ringe. Das heißt, die musst du selber nicht mehr aufziehen, sondern die sind immer mit dabei. Das heißt, du kannst immer direkt loslegen und kannst dir die Formelei sparen. Zubehör Nummer fünf ist bei uns der Schleifstein. Und zwar mit dem Schleifstein kannst du immer dafür sorgen, dass deine Spitzen perfekt abgerundet spitz sind. Warum sage ich abgerundet? Die Spitzen sollten beim Darts, beim Steel Dart immer etwas abgerundet sein. Nicht zu spitz, denn dadurch halten sie nicht perfekt im Board, sondern immer leicht abgerundet. Deswegen hast du hier auch in den Schleifsteinen immer so eine leichte Kuhle, beziehungsweise eine runde Kuhle, damit deine Darts eben nicht zu spitz werden. Aber aufpassen, zu viel schleifen sorgt auch dafür, dass deine Dartscheibe nicht mehr allzu lange hält, wenn du sehr viel spielst und deine Spitzen sehr, sehr raus sind. Frag mal Simon Whitlock. Und als letztes noch die Stahlspitzenwechselmaschine für zu Hause. Super praktisch, wenn du zu Hause deine Dartspitzen selber wechseln möchtest. Wie das Ganze funktioniert, haben wir schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Deswegen, wenn du hier in unserem Piet ein bisschen runter scrollst, findest du dieses Video, wie du das benutzt und kann dann dafür sorgen, dass du einfach immer deine Dartspitzen selber wechselst. Also, wenn du hier in unserem Piet.